willkommen zurück bei robocop sowie sind fast am ende dieser mission würde ich mal sagen ich gucke jetzt muss noch mal hier durch opfer eventuell wieder irgendwo die bis gut oder so noch haben was wir mitnehmen können dann werden wir mit sicherheit wieder auf dem revier landen und dann gibt es die nächste bewertung für uns wir haben eine geysernahme versaut das wird aber wahrscheinlich auch nie mein ding sehen ich denke mal auf dem pc würde ich da ein bisschen besser abschneiden aber gerade bei der konsole okay hier ist wohl nichts mehr zu holen komisch dass das dann da so random was rumlag fragen mich aber wahrscheinlich kann das ding nicht zerstört werden oder weil dann wäre diese herausforderung ja quatsch aber eigentlich ein cooler kleiner einfall und dass wir da wieder so ein bisschen aufzupacken und abwechslung einzubringen aber natürlich wollen auch nicht verlieren aber mittlerweile muss ich erzählen am anfang wollte ich ja immer so eine mgs und zu nutzen aber mittlerweile ist nicht ballert die pistole ordentlich rein okay ich habe jetzt eigentlich gedacht ja ich habe jetzt eigentlich gedacht er wird auch aufgeben und wir werden durch aber jetzt geht es tatsächlich noch hier lang warum sieht das so aus als ob da gleich gegner kommen aber es sind noch keine da da wäre gleich noch eine kiste vor allem wie groß ist denn bitte die gang gewesen oder vielleicht gibt es immer noch welche so ein descounter aber eigentlich auch ganz interessant gewesen nicht descounter sondern kill counter ok jetzt müssen wir nur noch hier durch die frage ob irgendwie runter müssen weil hier würde ich fast vermuten wird ein kampf stattfinden ich denke mal ich werde bei der pistole bleiben oder ok ich bin gespannt ist sie keine mit normalen gegnern habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet muss ich sagen ich glaube ich bin Nöchle nöchle 2 2 2 3 3 Ich hätte den greifen sollen. Die kommen ja doch hier rein. Ich hätte den greifen sollen. Was zur Hölle ist das denn? Wenn wir jetzt runterjumpen, das ist doch wieder doof, ey, wir sollten gleich mal gucken, wir müssen definitiv darunter. Da werden Gegner kommen. Soll ich hier was zum verschanzen? Das ist nicht dabei, ey. Ach so. Okay. Nochmal Heilung. Wir kommen nicht in diesen Raum hier rein, ne. Wozu so viel Heilung dann rückt, kurz vorher? Oh nein. Please put down your weapon. You have 20 seconds to comply. The situation is under control. You now have 15 seconds to comply. Stand back. I'll do one better, cop. I'm outta here. You now have five seconds to comply. Four, three, two, one. Everything is under control. I am now authorized to use physical force. Willst du mich jetzt verarschen? Hey, what's going on over there? I am under attack from ED-209. What? Oh, okay, okay. Let me see if I can help. I'm pretty sure I saw its documentation here in the precinct. Wieso geht das nicht weg? Hallo? Was ist das jetzt? Please put down your weapon. Okay, listen to this. Apparently ED-209-Speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making that your target? Wieso geht das nicht weg? 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 Ich komm hier aber auch nicht wieder rein, ne? Leck mich. Ich bin in der Ecke gedrängt. Leck mich. Leck mich. Wo soll ich denn da irgendwas anvisieren? Da ist nichts zu anvisieren. Klar, warum nicht? Ich bin in der Ecke. Ich bin in der Ecke. War nicht irgendwo noch Heilung? Scheiße. Ich bin in der Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Apparently, ED-209's speaker cover is often reported compromised after field duty. Why don't you try making THAT your target? You now have 15 seconds to fly! One of the worst actions, is a good command. I have no idea. What is the scene? I am tired! I'm tired! It's been a long time again. Therotrony will be completely destroyed. Oiii oii 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 oiiiaa Hat weniger Schaden gemacht, als ich dachte Ich glaube bei uns viel mehr Okay, wir müssen schnell uns wieder Heilung besorgen Wo war'n das? Hier irgendwo Am ich wohl auf dem, bitch? Am ich wohl auf dem Weg? Am ich wohl auf dem Weg? Ja! Wo war'n das? 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 Wo war'n das?